Dieser Ford Transit Connitz steht hier zum Verkauf. Drei Personen haben in diesem großen weißen 5-türigen Bindplatz. Der VIN bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Einparkhilfe, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, und vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 95 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 17.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.